Oh, wie versprochen, habe ich mich nicht bewegt. So, wir gucken jetzt zusammen, wie es weitergeht. Es reimt sich sogar. Hä? Okay. Ach, ernsthaft jetzt. Okay. Auweia. Okay, also erst dieses. Dieses. Oh, come on! Ich ärgere mich jetzt schon. Ach so, warte mal. Wahrscheinlich muss ich es dann auch noch verlangsamen. Okay, neuer Versuch. Oh, nee, völlig falsch. Und so. Und so. Äh. Shit. Okay, neuer Versuch. Und das. Und das. Why? Zu nah dran. Wieso? I don't get it. Was mache ich falsch? Wieso kann ich denn da nicht drauf laufen? Ja, geht doch. Jetzt muss ich nur noch das andere da erstmal auch. Ach ja, ich wollte nur ausprobieren, wieso ich da nicht hochkomme. Eins. Zwei. Verlangsamen. Hoch. Laufen. Hoch. Laufen. Hoch. Nein. Okay. Wieso komme ich da nicht an? Hm. Ich habe es übersehen. Das. 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 Spring. Laufen. Spring. Spring. Was habe ich da übersehen? Muss ich? Ah, ich muss draufbleiben. Oh, das ist ja fies. Ich muss draufbleiben, bis es mich hochschubst wahrscheinlich. Haha. Die lenken sich ja was aus. Okay. Okay. Okay, also später los. Okay. Und dann das. Nein, keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Okay. Tja, eben waren wir noch völlig heil, als ich angefangen habe. Oh, come on. Ah. Springen. Wieso? Oh, ho, 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 ho. Hm. Ich habe das Gefühl, es geht nicht. Hm. Ich muss gar nicht da langlaufen. Vielleicht muss ich draufspringen. Versteht ihr? Was ich meine? Komm ich da? Hm. Hm. Kann es mich mitnehmen? Lirum larum. Geht nicht. Um. Und's tough gets, Kal? Okay. Ich hab versucht es zu verlangsamen, um mich dann drauf zu schmeißen. Das geht aber auch nicht. Das kann ja lustig werden. Seht ihr? Das hätte jetzt eigentlich klappen müssen. Dann muss ich einfach höher kommen. Das ist ja noch nicht so richtig wie, aber das ist dann vielleicht einfach schwer. Das ist ja echt nicht so leicht. Nein. Wieso? Das war doch super. Das wäre perfekt gewesen. Das Spiel versteht mich nicht. Seht ihr? Wir werden hier sterben. Würdest du mir besser helfen? Ich fühle mich viel besser. Danke. Was ist denn das alles? Kann ich das nicht benutzen? Was ist das? Was ist das? Ich würde das nicht benutzen. Ich würde es nicht benutzen. Hm. Hm. Da ist ja auch nicht ein Seil. Oder so. Oder? Nee. Hm. Ich hab das Gefühl, ich muss da rauf. Weil guckt mal. Da oben geht es ja auch weiter. Es ist hochgeklappt und da oben geht es weiter. Ich glaube, ich muss da rauf. Aber wie? Denn bloß. Seht ihr? Aber ich hab ja jetzt schon versucht, das irgendwie sich mit mir zusammen hochklappen zu lassen. Das ging ja nicht. Und so auf richtig halber Hölle und so macht er das ja auch nicht. Schwierig. Hm. Schwierig. Schwierig. Hm. Schwierig. 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 Ja. Tja, da würde ich fast sagen, ich gehe da mal erstmal in mich, weil das wird ja sonst eine sehr vorherbare Session. Ich kann jetzt auch noch 30 Minuten lang in den Abgrund springen, oder ich gucke mich erstmal ohne euch um und klebe dann, wenn ich die Lösung habe. Länge genug begrübelt mit euch. Okay, so wird's gemacht. Ich freue mich auf euch und hoffentlich dann mit einer Lösung. Bis bald! Ihr seht ja, ich pfeife auf dem letzten Loch. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich noch ein paar Mal zusammen machen dürfen. Hinter mir, ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen, sind diese Vermalledeiten. Kack, zwei Holzwände. Und es war einfach wirklich nur Perfektionismus. Also kein Geheimnis, kein Rätsel, kein gar nichts. Ich habe es einfach noch 60 Mal versucht. Und irgendwann hing ich dann hier. Aber wie gesagt, ich befürchte es ein bisschen. Das machen wir eh nochmal zusammen. Wenn ich hier abgeschmiert bin. Aber wie gesagt, kein Geheimnis, kein Rätsel. Einfach nur im richtigen Moment abspringen. So ätzend das ist. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Welche Brücke jetzt? Es muss auch unauffälliger gehen. Diese hier oder was? Naja, dann schätze ich mal, klettern wir wieder eine Runde, oder? Einmal runterfallen können wir uns ja noch leisten. Ich finde es so gut, dass wir das jetzt können. Äh, ja. Ich bin immer noch so ein bisschen ängstlich, was da gleich wieder auf uns zukommt. Oh Gott, ich wünschte es gäbe einen Speicherpunkt. Welcher Punkt soll ich mich hier durchquetschen, oder soll ich hier lang gehen? Nee, hier geht es gar nicht lang, oder? Nee. Klaustrophobisch. Darf man da nicht sein. Okay, hier ist wieder eine Kletterwand. Okay. Oh, ich gäbe so viel jetzt für einen Speicherpunkt. Oder wie seht ihr das? Einmal abstürzen und das war's. Ja. Shit. Oh, come on. Wer will denn das? Lebt wohl, Bild. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt? Wo soll ich hin? Das ist doch nur so ein Sims. Oh, come on. Ach so, hier sind so Kletterdinger. Mir wird gleich ganz schlecht. Das ist nicht gut für meine Nerven, wisst ihr das? Meditieren! Wir haben's geschafft! Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Oh, was bin ich froh, dass ich dieses dämliche Ding nicht mehr machen muss. Nee, ich warte noch mit den Fähigkeitenpunkten. Ich will drei haben. Ich wollte irgendwas, was drei kostet. Ich weiß nicht mehr was. Hm, jetzt runterspringen da, oder was? Nein, mach ich einfach, ist eher... Okay, nix. So springe ich nicht einfach, wenn ich da hin soll. Ach so, weil da jede Menge Gesocks ist. Stil. Nein! Nein, Kerl, tu mir das nicht an. Ich kann ihn ein bisschen anlutschen. Ich kann ihn ein bisschen anlutschen. Hinüber. So, das war der eine. Weil sonst hopse ich jetzt einfach auf diese Plattform da. Na ja, ich bin zu weit oben. Mist. Ja, ich merke schon. Ja, ich merke schon. Kack. Brüder, helft mir! Oh, Elend. Kannst du mal bitte, Dankeschön. Okay. Na ja, ich bin zu weit oben. Okay. Na ja, ich bin zu weit oben. Was war das denn da gerade? Irgend so ein Giftding. Ist da ein Schrimp? Okay, der schießt eindeutig irgendwie gegen Zornposten. Wird auch nicht schlimmer. Kommt zu mir, Brüder! Sind alle Jedi so schwach? Hör mit dem Unsinn auf, Einringling! Mist! Mist, 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 Mist! Hier oben! Ich denke ja gar nicht dran. Ich habe übrigens jetzt drei Fähigkeiten. Wo sind denn die Bogenschützen hin? Da oben ist noch einer. Was hat mich denn da schon wieder erwischt? Ist das ein Schrimp? Oh, ich hasse dich! Oh, ich hasse dich! Ja! Da oben ist noch ein Schrimp? Aber jetzt kommt es noch ein Schrimp? Wieso kommt ein von links auch immer noch was angeflogen, das nervt ja. Hm, was ist das? Kann ich hier hoch? Ja. No, 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 no! No! Wie gemein. Wir werden sterben wegen nem Shrimp. Ich will das nicht. Ah, toll. Shrimp Death. Shit. Ja, so ist das Leben. Gucken, wo wir jetzt aufwachen. Ich muss mir eben was beantworten. Ah, so. Na gut. Aber wir sind ja nicht weit weg. Was gut ist. Da ist es. So. Eins. Zwei. Okay. Ach, wartet mal. Äh, nein. Stopf. Zurück. Alles hier. Drei Fähigkeitspunkte sag ich nur. Lass uns die erstmal anbringen. Tja, wenn ich jetzt mal wüsste, was ich wollte. Ich glaub, es war hier oben irgendwas. Mächtiger Schub. Nö. 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 Maxim hab ich ja schon. Ja. Machtbehälter ist auch nicht schlecht. Machtbehälter ist auch nicht schlecht. Das wollte ich, glaub ich, haben. Aber lass noch mal im Gucken. Langsam. Langweilig. 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 Wechsel so gut wie nie mein Schwert. Okay, und was ist das noch? Ich hab schon fast alles von überleben. Aber Blasterbolzen und automatisch ablenken, ist ja auch irgendwie langweilig. Ne, wir nehmen hier die Lichtschwert, Lichtschwertschadennummer. Wieso kann ich das nicht? Wieso? Ich hab drei Punkte. Wieso kann ich das jetzt nicht aushusten? Was? Wieso? Aber es ist doch schon... Was? Das versteh ich nicht. Ihr seid doof. Wieso? Warum nicht? Ich will das hier nicht. Ist doch voll öde. Ich hab den. Der müsste doch reichen. Ich will auch den nicht. Der ist auch doof. Ist doch kack. Dann machen wir die Machtnummer. Ist überhaupt nicht witzig. was? Hm. So. Ich hab mal gespannt. Auf ein neues. Wo ist es? Ja. Was habt ihr jetzt davon? Der Typ müsste doch eigentlich wieder da... Achso. Nee. Ich hab ja nur rumgesessen. Nicht. Nicht ausgeruht. Gut. Also dafür, dass das Spiel erstaunlich wenig... ähm... So. Wisst ihr was ich meine? Also es hat... Äh. Ich kann hier gar nichts anzünden. Nein. Ich will den Alarm. Oder irgendwas brennendes runterschmeißen. Oder so. Macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Nein. Krieg ich nicht. Ich würde gerne irgendwas umzünden. Und runterwerfen oder so. Ja. Was kann ich denn hier oben noch machen? Rechts von mir ist aber was. Achso. Ja. Da kann ich doch nicht hin. So. Ja bitte. Er ist zu weit weg. Wo ist er? Warte. Schrecklerstag. Er fürchtet uns so sehr um zu kämpfen. Das ist es. Genau das. Du hast keine wahre Stärke. Ja. 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 Irgendwann. Werde dann. Ich öfter als die meisten. Das gebe ich offen zu. Aber ich habe halt keine Geduld. Ich habe keine Geduld. Ja. Da sind alle Jedi so schwach. Mhm. Wow. Ah, mit hab ich gar nicht gerichtet. Hey. Mega. So, den Schrimp mach ich jetzt gleich mal platt, weil ich hasse Schrimps. Jetzt schießt er wieder nicht, der Blödmann. Jetzt spürst du den Schrimp. Ah, guck mal, meine Macht. Ist ja geil. Ja, das ist natürlich prima. Wo sind denn jetzt die Bogenschützen? Da ist einer. Vorwärts, Brüder! Schlagt richtig zu, Brüder! Dann kann ich jetzt ganz in Ruhe speichern und den Schrimp essen, den ich hier gegrillt hab. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Wenn's euch gefallen hat, freu ich mich über ein Abo. Und natürlich macht es auch Sinn, wenn ihr dann das Glöckchen schlagt. Ich freu mich auf euch. Bis bald. Ist ja geil. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020